Auf eine Sache muss ich noch hinweisen, denn die Definitionen, die wir uns bisher erarbeitet haben, führen zu einem gewissen Problemchen. Warum? Schauen wir uns dafür ein Beispiel mit etwas anderem Datenmaterial an, das uns eine noch anschaulichere Darstellung dieses Problems liefert. Angenommen, wir hätten Daten von 25 Abiturienten erhoben und diese Daten seien einfach mal die Punktzahlen in einer Abschlussarbeit. Ganz offensichtlich sind diese Punktzahlen diskret, also würden wir uns für unsere erste Variante der Klassenbildung entscheiden, nämlich nicht überlappende Klassengrenzen. Unter der Annahme, dass die Abiturnotenskala von 0 bis 15 reicht und bei der Wahl von 5 Klassen, würden wir zunächst mal berechnen, unsere Klassenbreite 15 minus 0 geteilt durch 5, also 3. In diesem Falle sehen wir an den Daten, sie überstreichen durchaus einen relativ weiten Bereich. Das Minimum dieser Daten ist die Zahl 2, das Maximum ist die Zahl 15. Hier macht es Sinn, das Minimum der theoretischen Realisationen der möglichen Schulnoten, also 0 Punkte, bis hin zu ihrem theoretischen Maximum, also 15 Punkte zu wählen. Unsere Daten überdecken ja fast alle möglichen Realisationen der Variable. Nach unserer zweiten Definition mit überlappenden Klassengrenzen, würden wir also bei der kleinsten Realisation 0 beginnen und dann unsere Klassenbreite dazu addieren und kämen dann auf die obere Grenze 3. Die nächste Klasse würde bei 3 beginnen und wir würden wieder unsere Klassenbreite hinzuaddieren, damit endete sie bei 6. Dasselbe für die nächste Klasse und wieder für die nächste Klasse und für die letzte Klasse. Weil wir diskrete Daten haben, entscheiden wir uns aber für nicht überlappende Klassengrenzen. Damit müssen wir zunächst ermitteln, welches ist denn die kleinste Einheit, in der unsere Skala Schulnote gemessen wird. Zwischen zwei aufeinander folgenden Noten in dieser Skala hier liegt immer mindestens eine Einheit von 1. Um also von überlappenden Klassengrenzen zu nicht überlappenden Klassengrenzen zu kommen, wählen wir jeweils die unteren Grenzen und erhöhen sie um diese kleinste Einheit und kommen damit auf unsere Klassendefinition mit nicht überlappenden Klassengrenzen, bei der die erste Klasse von 0 bis 3 reicht, die zweite von 4 bis 6, dann die dritte von 7 bis 9, von 10 bis 12 und die letzte von 13 bis 15. Wenn wir nun aus dieser Datentabelle unsere Klassenbreite rückrechnen, sagen wir mal die Klassenbreite für die zweite Kategorie, dann kommen wir auf 6, nämlich die obere Grenze dieser zweiten Kategorie, minus 3, nämlich die obere Grenze der Vorgängerkategorie und das ist eine Klassenbreite von 3. Genauso bei der allerersten Messwertklasse. Dort ist die Klassenbreite d1 gleich 3, minus und wir haben gesagt, es gibt keine obere Grenze einer Vorgängerklasse, also wählen wir die eigene untere Grenze 0 und das ist ebenfalls eine Klassenbreite von 3. Auch für alle anderen Klassen ergebe sich mit unserer Berechnungsformel für die Klassenbreite dieselbe Klassenbreite von 3 und das ist genau diejenige, mit der wir diese Tabelle von Beginn an überhaupt erzeugt haben.